Wie setze ich besser Grenzen und warum ist es überhaupt wichtig, Grenzen zu setzen? Also in diesem Video möchte ich dir wirklich helfen zu zeigen und zu sagen, warum es so wichtig ist, Grenzen zu setzen und was du dadurch für Vorteile auch in der Liebe gewinnen kannst. Denn letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass du lernst, wirklich dich an die erste Stelle zu stellen. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern tatsächlich mit Selbstliebe, dass man wirklich sagt, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben und mir muss es gut gehen. Und nur wenn es mir gut geht, kann es auch anderen gut gehen in meinem Umfeld und dann kann ich auch wirklich anderen helfen. Denn wenn du nicht Grenzen setzen lernst, dann lässt du dich ausnutzen. Und in der Liebe ist es auch fatal, weil du dann immer den Partner über dich stellst und alles tust und machst, damit es dem Partner gut geht, aber du selber verlierst dich in der Beziehung total. Und das darf nicht passieren, denn wenn du dich in der Beziehung verlierst, bist du unglücklich. Und dann hast du auch von der Beziehung nichts. Denn wenn du unglücklich in der Beziehung bist, dann kannst du gleich single bleiben. Also wenn du dazu neigst, immer wieder andere ja wirklich über dich zu stellen, das Wohl anderer zu priorisieren, dich selber immer ja unter andere zu stellen, immer sich zu verbiegen, nur um anderen zu gefallen oder am anderen einen Gefallen zu tun, dann ist es Zeit, wirklich Grenzen zu setzen. Also ich möchte dir jetzt sagen, wie du Grenzen setzen kannst und woher das erstmal kommt. Denn man kann nur lernen, Grenzen zu setzen, wenn man weiß, woher es kommt, dass man sie nicht setzen kann. Also es spielt keine Rolle, welches Alter du hast, welches Geschlecht du hast, welchen Job du hast. Es gibt so viele erfolgreiche Frauen, erfolgreiche Menschen, die trotzdem im Privatleben keine Grenzen setzen können oder gar im Job keine Grenzen setzen können und wirklich sehr viel Verantwortung tragen und dann auch noch die Verantwortung für andere übernehmen, geleitet diesen Satz, ich mache alles und ich muss anderen helfen, ich muss immer alles unter Kontrolle haben. Woher kann es nun kommen? Also häufig hängt das Ganze mit Ängsten zusammen. Also wenn man Angst hat, Grenzen zu setzen, ist es natürlich logisch, dass man sie nicht setzt. Und wieso kann man Angst davor haben? Es kann einmal sein, dass du Angst vor Ablehnung hast. Was passiert, wenn ich eine Grenze setze? Wie reagiert mein Umfeld darauf, wenn ich Grenzen setze? Wenn ich auf der Arbeit auf einmal sage, so mache ich nicht, schaffe ich nicht. Oder wenn ich in der Beziehung sage, nee, ich möchte aber Italienisch essen und nicht Chinesisch. Was passiert dann? Also was passiert, wenn ich Grenzen setze? Das ist eine Angst, die man haben kann, weil man nie weiß, okay, wie reagiert mein Gegenüber jetzt darauf, dass ich eine Grenze setze. Aber wenn du immer in dieser Angst bleibst, dann wirst du es ja nie herausfinden. Und in der Regel ist es so, dass Menschen Respekt vor dir bekommen, wenn du wirklich zu deinen Gefühlen und Bedürfnissen stehst. Es ist nicht so, dass Menschen dann sagen, oh, du bist ja blöd, geh mal weg mit dir, mit denen wir nichts mehr zu tun haben, ne? Sondern es ist eher so, dass du dir dadurch Respekt einholst und Menschen dich auf einer ganz anderen Ebene nochmal respektieren und schätzen. Und Menschen, die dich wirklich mögen und lieben, die werden deine Grenzen respektieren. Menschen, die dich ausnutzen wollen, die werden deine Grenzen nicht respektieren und werden vielleicht blöd reagieren. Aber mit den Menschen solltest du dann eh nichts zu tun haben. Du solltest nur was mit Menschen zu tun haben, die dich lieben, die dich respektieren und die wirklich auf deine Gefühle Acht geben. Und wenn du eine Grenze setzt und sagst, ich möchte es nicht machen, das ist zu viel, das kann ich nicht mehr, das schaffe ich nicht mehr. Oder nee, ich möchte aber das und das machen, was mir wichtig. Wenn Menschen das dann anfangen zu respektieren und sagen, hey, okay, dann heißt das, sie lieben dich auch und sie mögen dich und sie machen es ja auch gerne für dich dann. Aber wenn du merkst, okay, Menschen kommen mit deiner neuen Stärke nicht zurecht, dann ist das ja deren Problem. Dann sind es nicht die richtigen Menschen in deinem Umfeld. Woher kann es noch kommen? Es kann sein, dass du dir durch die ganze Arbeit, die du machst, dadurch, dass du halt einfach für andere immer da bist, anderen hilfst, so ein kleines Helfer-Syndrom hast, die Verantwortung für andere übernimmst, überall so deine Finger mit im Spiel hast oder auch in der Beziehung arg einsteckst, kann es natürlich auch sein, dass du das Ganze tust, damit du Anerkennung erhältst, Lob erhältst, dass andere wirklich sagen, oh danke, lieb von dir und ja, auf dich kann man sich verlassen, also dass du dieses Lob anderer bekommen möchtest und es dir sehr, sehr wichtig ist, dass du dir Liebe anhand von Anerkennung holst, dass dir diese Anerkennung anderer sehr wichtig ist. Problem da ist nur, du solltest unabhängiger werden von der Anerkennung anderer, denn das Leben ist nicht da, damit du das Leben so liebst, damit es anderen besonders gut geht, sondern du lebst ja für dich, dir soll es gut gehen, du sollst glücklich sein in deinem Leben. Es ist ja schön und gut, wenn du andere glücklich machst, ja, schön, aber davon hast du ja nichts und dir muss es ja auch gut gehen und nur wenn du glücklich bist, macht das Leben doch erst Spaß und nur wenn das Leben Spaß macht und du wirklich Freude am Leben hast, kannst du diese Freude auch noch mehr teilen und du hast noch mehr Energie für andere. Also du musst deinen Fokus switchen, weg von ich brauche die Anerkennung anderer und mache dafür alles, saug mich aber selber total leer und habe keine Energie mehr am Abend, hin zu, meine Energie ist wertvoll, ich achte auf meine Bedürfnisse, auf meine Gefühle und dann kommen die anderen. Wenn du das in dein Leben integrierst, den Fokus änderst, dann wirst du sehen, wird dein Leben glücklicher und das Leben der anderen automatisch, weil sie von deinem Glück profitieren. Alle um dich herum, egal ob Freunde oder Familie, wollen ja, dass du glücklich bist, aber du kannst nur glücklich werden, wenn du anfängst, wirklich dich an die erste Stelle zu stellen. Und manchmal hat man halt so Glaubenssätze auch aus der Kindheit, manchmal teilweise sowas, ich muss immer lieb und brav sein oder ich bin für andere verantwortlich oder das Wohl anderes wichtiger als meines oder ich bin nicht so wertvoll, ich bin nicht so liebenswert. Es kann sein, dass solche Sätze bereits in der Kindheit bei dir entstanden sind und dass du deswegen jetzt im Erwachsenenalter, egal welches Alter du hast, immer noch genau so tickst, weil du dich selber nicht so wertvoll empfindest, dich selber vielleicht nicht so liebenswert findest, dass du dann andere wirklich ja vor dir stellst, vor deine eigenen Bedürfnisse und dann immer alles tust und machst für andere, aber dich dabei vollkommen vergisst und verlierst. Teilweise vielleicht bist du sogar so unglücklich, dass du in ein Loch fällst und gar nicht weißt, okay, was ist denn der Sinn jetzt meines Lebens hier? Weil du so weit weg von deinem eigenen Glück gekommen bist, so weit weg von deiner eigenen Reise. Und das Leben ist doch dafür da, dass du deinen Sinn findest, dass du glücklich bist. Das ist doch das Sinn im Leben, dass wir glücklich sind, Freude haben, unsere Freude mit anderen teilen. Wenn es dir gut geht, dann kannst du das mit anderen teilen, dann geht es dir noch besser. Also Fakt ist, du musst anfangen Grenzen zu setzen, damit es dir besser geht, damit du glücklicher werden kannst und damit natürlich auch dein Umfeld davon profitiert. Aber in erster Linie natürlich dein Leben. Dein Leben, denn ein glücklicher Mensch zieht noch mehr Glück an. Gleiches zieht Gleiches an. Umso glücklicher du bist, umso besser läuft es in der Liebe, umso mehr du Grenzen setzen lernst, umso weniger verausgabst du dich in Beziehungen und kannst diese Beziehungen langfristig halten. Kein Mensch will ein Ja-Sager an seiner Seite. Es ist authentisch, seine Meinung zu sagen. Es ist authentisch zu sagen, was man fühlt. Es ist authentisch zu sagen, was man denkt. Man soll nicht irgendwie so leben, dass man irgendwie immer so brav und lieb ist und immer so ein bisschen mitschwimmt. Das hast du vielleicht gelernt. Vielleicht hast du in der Kindheit diesen Part übernommen. Wenn ich lieb und brav bin und mich anpasse, passiert mir nichts. Dann schwimme ich immer irgendwie so mit. Oder wenn ich die Verantwortung auf andere übernehme. Wenn du vielleicht so ein bisschen in der Kindheit den Erwachsenen-Part für deine Eltern übernommen hast, weil die sich ständig gestritten haben oder so, kann es natürlich auch sein, dass du das jetzt wieder machst. Ich übernehme die Verantwortung für alles und jeden und stecke dann selber so ein bisschen zurück. Hauptsache den anderen geht es irgendwie gut und da ist wieder Harmonie. Es kann sein, dass das natürlich, wie gesagt, aus der frühen Kindheit kommt. Aber sowas kann man auch auflösen. Fakt ist, es wird dich sabotieren. Es wird dich sabotieren in der Liebe. Es wird dich sabotieren im weiteren Vorgehen. Es wird dich sabotieren, wenn du Kinder hast, weil die tanzen dir dann auch irgendwann auf der Nase rum. Hauptsache alle anderen geht es gut, aber du opferst dich dann komplett auf und irgendwann bist du dann total todesunglücklich. Das soll nicht passieren. Denn was hast du denn davon, wenn es dir nicht gut geht? Dann hast du doch gar nichts mehr von deinem Leben. Und dann fällt man in so eine Sinneskrise. Warum bin ich überhaupt hier? Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Was mache ich hier überhaupt? Dann fällt man in so ein Loch und das darf nicht passieren. Wie setzt man nun Grenzen? Ja, also erstmal, indem man natürlich an seinen Glaubenssätzen arbeitet, also herausfindet, okay, habe ich vielleicht solche Glaubenssätze? Fühle ich mich vielleicht irgendwie ja nicht so wertvoll? Fühle ich irgendwie, fühle ich mich anders, wären andere wichtiger als ich? Fühle ich mich manchmal irgendwie so unsichtbar, nicht gesehen? Oder habe ich irgendwie den Drang, mich immer anzupassen, damit andere mich mögen? Bin ich abhängig von der Anerkennung anderer? Also kann es sein, dass du dich vielleicht selber gar nicht so liebst und dass du dann deswegen diese Anerkennung im Außen brauchst? Das kann ja auch sein, dass du dich selber nicht so liebst, dich selber nicht so akzeptieren kannst und dann halt angewiesen bist auf dieses Feedback von Außen und deswegen so viel tust für andere, damit du immer dieses Feedback kurz bekommst, dass du geliebt und gemocht wirst. Aber Fakt ist, das ist ja nicht nachhaltig. Das ist erst nachhaltig, wenn du dich selber liebst und akzeptierst, weil dann bist du unabhängig von dem Feedback im Außen. Also in erster Linie sollte man schauen, okay, was habe ich für Glaubenssätze? Da sind es vielleicht einige, die ich jetzt hier auch schon genannt habe. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Glaubenssätze. Das Video müsste ewig lang sein, damit ich hier alles bis in die Pike erkläre und alle Glaubenssätze erkläre, welche es gibt, woher sie kommen können. Aber vielleicht habe ich dir jetzt schon einen deiner Sätze genannt, weil das sind so gängige Sätze, die ich genannt habe und das ist das Erste, was du lernen musst. Das Zweite ist, dass du natürlich dann, wenn du weißt, hey, daher kommst, dann natürlich auch in deiner Selbstliebe arbeiten kannst, wieder mehr Verdüchtung kannst, mehr in dein inneres Glück kommen kannst. Und danach kannst du auch mal lernen, Nein zu sagen, mehr Nein zu sagen, wirklich auf deine Gefühle und Bedürfnisse hören. Viele sind schon so abgeschottet von ihren eigenen Gefühlen, Bedürfnissen, dass sie sich gar nicht mehr trauen, diese wahrzunehmen. Und wichtig ist, dass deine Gefühle und Bedürfnisse aber wichtig sind. Wenn deine Gefühle und Bedürfnisse nicht wichtig sind, wessen dann? Für wen lebst du denn? Du lebst doch für dich hier. Deswegen bist du doch auf der Erde, um für dich zu leben und ein schönes Leben zu erschaffen. Also deine Bedürfnisse und Gefühle müssen an erster Stelle stehen. Und dann sollst du auch sie wieder wirklich wahrnehmen können. Und wenn du deine Gefühle und Bedürfnisse wahrnimmst, dann kannst du auch Nein sagen, weil dann spürst du auch wieder dein Bauchgefühl und dann spürst du wieder die Verbundenheit zu dir und weißt ganz genau, Nein, das geht mir jetzt gegen den Strich oder Ja, das will ich. Und das dann auch wirklich konsequent zu sagen, Nein, einfach mal Nein, mache ich nicht, will ich nicht, ist mir zu viel, knick nicht ein, du bist eine starke Frau, du schaffst das. Und das ist es. Das sind die Wege, die du gehen kannst, um wirklich Grenzen zu setzen. Step 1, erstmal wirklich herausfinden, warum kann ich das so schlecht? Step 2, was erhoffe ich mir dadurch, also wenn ich das mache, immer für andere alles zu tun, was erhoffe ich mir dadurch? Möchte ich Angst vor Ablehnung? Möchte ich Anerkennung? Was ist der Grund dafür? Step 3, wieder wirklich mehr in die Selbstliebe, ins innere Glück zu kommen. Step 4, das nutzen, dieses Selbstbewusstsein nutzen, um Nein zu sagen und wieder den Kontakt zu dir zu finden, zu deinen Gefühlen. Ne vier Schritte, die du gehen kannst, die ich dir hier genannt habe. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du dich natürlich auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Also ich helfe dir dabei, dass du wieder in deine volle Kraft kommst, dass du Grenzen setzen kannst, aber auch gekoppelt damit, dann wirklich den Partner fürs Leben zu finden. Also ich helfe Frauen dabei, in ihre volle, wahre Größe zu kommen, wieder in die Selbstliebe zu kommen, herauszufinden, warum es bisher in der Liebe noch nicht geklappt hat, um dann wirklich die richtigen Schritte zu gehen, damit es in der Liebe klappen kann. Genau, wenn du da Hilfe brauchst, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Beispielsweise einfach über Instagram oder einfach über Facebook. Du findest mich auf Instagram unter Simone-Janiger oder bei Facebook Simone-Janiger. Du kannst mir einfach schreiben, ganz locker eine private Nachricht. Hey, ich habe dein Video gesehen oder hey, ich habe in dein Podcast reingehört, wo auch immer du mich gefunden hast und schreibst mir dann einfach willkommen ins Gespräch und ich kann gucken, ob und wie ich dir helfen kann, dass du wieder in deine Größe kommst und dann letztendlich auch in der Liebe wirklich das zu erschaffen, was du dir wünschst. Weil wie gesagt, wenn du es nicht schaffst, Grenzen zu setzen, dann bist du unauthentisch und Menschen spüren das und keiner will eine Ja-Sagerin in seiner Seite und vor allen Dingen bist du dann unglücklich und dann kannst du auch niemals glücklich in einer Beziehung werden und das spürt der andere natürlich auch. Also wenn du da wirklich an dir arbeiten willst, melde dich gerne. Und ansonsten, wenn du sagst, hey, ich möchte aber sofort starten, ich möchte wirklich durchstarten, ich möchte ein Coaching bei dir machen, sehr gerne, ich biete auch Coachings an. Dafür kannst du dich beispielsweise auch sofort einfach auf meiner Website eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir und da berate ich dich anderthalb Stunden ungefähr bis zwei Stunden, je nachdem, wie lange wir dafür benötigen, ja zu deiner konkreten Situation und sage dir ganz genau, welche Schritte bei dir wichtig sind, damit es in der Liebe klappt und sage dir auch, wie das Coaching für dich bei mir aussehen würde. Also da kannst du dich, wenn du sagst, ich möchte sofort durchstarten, auch sehr gerne sofort für ein kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website simone-janiga.com eintragen und gerne auch einfach auf der Website schauen, was andere Frauen über mich erzählen und über das Coaching erzählen, was da alles möglich ist. Also auch sehr, sehr gerne sehen wir uns im Beratungsgespräch persönlich, würde ich mich sehr freuen. Ist natürlich alles online, also musst du hier nicht extra herfahren zu mir, aber dann lernen wir uns kennen und ich kann dir wirklich genau sagen, wie der Weg für dich aussehen kann. Wie gesagt, Grenzen setzen, unglaublich wichtig. Ich hoffe, dieses Video hat dir hier gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und den Kanal abonnierst und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, deine Simone.